Ha ha ha, Ameisenhaufen! Ja! Oh, wir haben halt weiter geballert. Höher Scheiß hier. Gibt's ja wohl nicht, ey. Mist. Was geht denn hier an? Wie kann ich auch nicht so echt keine Einheiten bauen? Oh, Entschuldigung. Abuuum. Abuuum. Achso, ich wollte ja noch Gebäude forschen. Ja. Oh, die gute gute. Ja, im Schädel. Ja, na gut. Wird ja alles wieder aufgebaut. Oh Gott. Das geht ja wirklich fast hier ab. Muss, muss, muss. Tschüss. Na, wird's gut. Da da, wat da da, wat da da, wat da da. Da, wat da, wat da, wat da da. Da, wat da, wat da, wat da, wat da. Oh. Mehr Gewohnheiten, mehr Schild. Ich hab so derbe viele Techniker, ich weiß gar nicht wohin damit. Ich hab so derbe viel von, wah. Sowieso, Thomas. Meine Kanone ist durch ein Schild geschützt. Sehr geil. Da muss ich nur irgendwas sinnvolles bauen können damit. Ähm. Ähm. Sag mal, wo schieß... Oh, was? Blau dreht ja richtig durch. Oh, die haben einen Mega-Haufen. Das ist die Q. Solltest das dagegen tun. Die hatten auch einen Haufen in der, alter. Ja, ich sage, die haben ja voll den Riesenhaufen. Ich glaube, sie wollten diesen Haufen benutzen, um ihn zu vernichten. Jetzt kann das gar nicht glauben. Mach's deinen Haufen, ey. Die haben voll den Mega-Hyper-Haufen. So, was machen meine Techniker? Ihr seid, ey, wir alle bescheuern. Mist, ihr da. Ich muss ganz viel was gegen Haufen bauen. Mach doch. Das wird denen nicht helfen. Der hat den ersten Haufen aller Zeiten entwickelt. Sie wissen, was sie tun. Ja, das ist eh nicht. Doch. Ja, auch sonst sei sie wissen. Eh nicht. Doch. Ich weiß, was ich tue. Ja, das macht mich so, so so. Ich weiß, dass ich das bauen muss. Was auch immer du gerade baust. Äh, so. Aber das dauert noch. Hast du von der Faust schon her? Uh, vielleicht ist hier die ganze Basis kaputt. Pauk, Pauk, Pauk. Gleich sei es kaputt. Ich habe das Gefühl, mir fehlt... Oh, Katsache. Die haben einen Bauwagen zerstört. Nein! Scheiße! Wie können sie es sagen? Ach du Scheiße, ihr Haufen will mich vernichten, glaube ich. Jetzt haben sie Hass auf mich entwickelt. Okay, ich muss alles gegen diesen Haufen richten. Der gerade auf mich zugerasst kommt. Haufen! Ach du Scheiße. Bloß Feuer auf diesen verkackten Haufen. Ach du Scheiße. Oh, sie fahren zurück! Nein! Ihr dürft nicht zurückfahren. Ich knall euch auch so ab. Hoffentlich treffe ich da irgendwo was drin. Das ist ja irgendwas für nicht, ey. Der ist sogar eine grüne Einheit zwischen. Was macht die denn da? Jaaaa! Oh, alle bleiben sich stehen! Richtiges Durchdrehen hier! Jaaaa! Artilleriefeuer! Boah, 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 boah! Hilfe! Hilfe! Oh Gott, die arme Basis wird einfach von ihm weggesprägt. Oh, bam, bams, bams! Oh Gott, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, das sitzt. Das mögen sie mir auch nicht. Oh, sie haben irgendwas geupcorated. Nicht gut. Trotzdem mehr Schaden! Okay, boah! 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 Jetzt wird doch einfach nur sinnlos übertrieben hier. Wie geil, meine Hardcore-Kanone einfach in die blaue Lager reinfreuen. Was läuft denn da rum, verdammt? Boah, du... Alter, ich baller da auch nur rein! Es werden einfach mehr! Es werden immer mehr! Ich kann nichts gegen sie machen. Oh Gott, ich hab da irgendwie viel vor schon. Schnell. Oh, da sagst du grad was. Ich auch. Ja, ich hatte da gar nicht mehr drauf. Weil es durchdreht hier. Es dreht einfach nur richtig durch hier. Ja. So, bau da jetzt in die Fabrik. Alle aufs Weg. Wir wollen die Fabrik bauen. Nö, nö, boah! Boah, man sieht nur die ganze Zeit das Atelier-Feuer durch den Bildschirm fliegen. Ich seh Megaschild bei mir! Megaschild! Aber ihr seid halt zu bescheuert aus dem Weg zu fahren, den blöden Dingern. Das gibt's gar nicht. Unbescheuert ist wie heute. So, darf ich jetzt? Dankeschön! Ihr könnt alle mithelfen, wenn ihr wollt. Falls das hier auch geht. Ja, geht. Schade. Und dann warten wir halt bis die verdammte Fabrik fertig ist, dann ihr dürft ihr alle mithelfen. Und zwar bauen wir, äh, ja. Ich kann halt hier immer mit Miniaturhaufen bei mir ankommen. Ey, was hast du da denn? Was? Was geht da ab? Achso, Mega-Artillerie-Abwehr. Hahaha. Weil wir jetzt sowieso jetzt so durchdrehen. Ich seh hier zwischendurch kleinere Haufen rumlaufen. Oh, oh, immer mit ins Lager rein. Oh Gott. Hahaha. Weil die beiden jetzt einfach mit allen Artillerien einfach nur ins Lager. Ey, was für ein Junge. Also bei dem Rummel da drüben triffst du irgendwas triffst du. Oh, pass auf, ey. Jetzt kommt gleich die Salve. Jetzt kommt gleich die Salve rüber. Er kommt sich gerade. Hahaha. Ey, war mal da, mach ich mit. Bombs. Matze, und jetzt achte, was da gleich rüber geflogen kommt. Alter, ich komm durch den Schild nicht durch. Das ist das Problem. Der hat so, der hat wieder Schild. Der stirbt doch einfach. So. Oh, das sieht gut aus. Hoffe ich zumindest. Ja, oh, Ludwig Thomas macht mit. Hahaha. Aber ich komm auch, glaub ich, nicht durch die Schilde da durch. Ah, jetzt schon. Jetzt reizt. Ja, jetzt haben wir den Schild weg. Ja, jetzt wird einfach nur durchgedreht. Oh. Bombs. Bombs. Diese Schild geht an. Hahaha. Einfach nur auf der Artilleriefeuer. So. Schieß einfach in die Mitte des Lagers. Boah, 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 boah. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Das ist meine ACU. Weiß ich nicht. Kann ich mich irgendwie lernen. Ich bin nicht schnell zu bauen. Ich bin keine Ahnung wo der ist. Da ist er. Ja. Einfach mal wieder Masse produzieren. Und ja, wieder ein paar Einheiten bauen. Das ist üblicher halt. Und das übliche Durchdrehen halt. Genau. Oh, ich hab schon wieder ganz viele Vorschriften. Und hier irgendwie Strom lang bauen. Keine Ahnung. Es sucht so irgendwas aus. Du. Ja. Du stehst nicht so so dummer rum. Hahaha. Ah, bauen wir mal davon ein paar. Einfach mal irgendwo hinbauen. Passt schon. Aber hier vorn und da vorn und überall vorn. Oh, Thomas. Wir sollten mal ihren Haufen da vernichten, der da auf und nicht zugerasst kommt. Ich baller jetzt mal instinktiv in die Richtung. Oh, shit. Was? Gefeuern. Hahaha. Scheiße. Ich baller mal in die Richtung. Hahaha. Ich hoffe, ich treffe irgendwas. Ey, das ist scheißegal, worauf man los. Viel Hauptsache, da fliegt irgendwas in die Luft. Und bum bum bum. Jaaaa. Der hat gesessen. Ja, was ist jetzt los? Okay. Ich hoffe, wir treffen weiterhin. Ja, doch. Das sieht gut aus. Bam, bam, bam. Oh, der Haufen wird vernichtet. Die letzte große Waffe. Die der Geist so groß ist. Ey, haupt's aber diesen scheiß Haufen wegschrotten, ey. Jaaaa. Oh, der nächste Schuss. Stirb. Oh, Gott. Haufen. Der Haufen der Macht muss sterben. Oder so eh nicht. Och, du Scheiße. Oh, fuck. Ich, ja gut, ich schick meine Einheit einfach in den Tod. Abblenden nochmal alles, was ich kann. Ja, Mann. Oh, jetzt wird's witzig. Jetzt wird's richtig witzig. Jaaaa. Ich schick sie in den Tod. Das ist dann alles keinen Sinn mehr. Drei! Lauskau! Bleib doch nicht alle stehen! Wuuuusss! Wuuuuss! Wuuuuuuh! Wuuuuhh! Scheiße! Hey, wir nehmen meine Einheiten noch, ich weiß nicht warum. Wuuuhh! Boah, shit! Oh, meiner Haut! Oh, fuck! Oh, die Scheiße! Das könnte... Boah, jetzt wollen sie's wissen doch! Ich schick mal Verstärkung zu dir runter, Luca! Ja, machen wir auf jeden Fall! Obwohl, ich hab die relativ gut im Griff! Naja, ich brauch hier eh keine Verteidigung wirklich, weißt du? Ja doch, ich hab sie zurückgeschlagen! Läuft, Matze! Läuft! Bleiben Sie ruhig! Okay. Ich habe sie... Ähm, ich will auf etwas Hinweis, und zwar bauen sie hier ganz viele galaktische Pelosse an ihrer kleinen Fabrik hier. Das ist sehr nett. Ja, sind wir auch sehr vorbildlich von denen. Wir wissen einfach, wie man keinen Haufen braucht. Nein, dürft nicht einfach Sachen zerstören! Das hält euch ein! Ich knau euch alle ab! Nicht meine Sachen zerstören! Läuft denn mit! Ja! Haben so der viele Geschütze, ihr könnt gar nicht gewinnen! Mach jetzt den Superballermos an! Den mir nix bringt! Naja! Naja! Herr Tojas hat ja meinem Typen hier traurig gemacht! Oooooooh! Putschi! So! Oh, du musst dich nicht verstehen, dass der jetzt jemand bauen möchte! Dafür baue ich jetzt! Oh, auch eine Kanone wird jetzt aufbauen! Das ist die beste Waffe im ganzen Spiel! So! So! Wieder Schild aufladen! Äh... Äh... Boah! Feuer meine Kanone eigentlich, die ganze Zeit! Überall hin! Oh! Wie geil wir diesen Mega-Haufen einfach geschrotet haben! Das hatte das, ja! So! Oh, du willst ja auch einfach nur die Dinger bauen! Los geht! Wir bauen die Haufen-Kanonen! Das baue ich! Sehr gut, Thomas! Stolz auf dich! Doch! So! Mehr Haufen! Haufen-Kanonen werden gleich feuern! Hahaha! Matze nicht weiter hoch bauen! Nehme mir nicht meinen Platz! Was? Wo baue ich denn? Ich baue gar nichts! Doch, du baust da irgendwie ne Reihe hoch gerade! Ach das! Achso! Ja gut, dann lass dich das mal so stehen! Aber woher ich mein Stroh woanders! Achso! Da sind der Energie-Generatoren! Ja! Woher woanders weiter! Reiß die Dinger hier ab, wenn du möchtest! Geht ne! Ja zumindest die obersten vier müssten weg! Oh! Kann ich auch! Warte ich reiß dich nochmal vorher ab! Bergen! 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 So! Und dann baust du hierhin weiter! Ah! Aufessen! Oha! Ahem! Tududududu! Wobei dann unsere Einheiten hin? Das versteh ich nicht! Ich weiß nur, dass mein Haufen Kanonen gleich feuern können! ich schicke meine Haufen jetzt los Haufen! Schau hin, wie die Haufen über das Land fliegen werden Ich schaue, ich habe ihr Gesamtansicht Dreh, steh, in the go! Haufen zu befeuern! Achso, das, was da jetzt angeflogen kommt, ist... Was ist das? Haufen Kanone! Hallo! Hallo! Oh! Weißt du was, diese Personenkanone? Ja! Haufen! Ist ja da noch nichts zu besiegen Und so Und so Oh Gott! Das ist der super Gunship-Prototyp! Damit habe ich nicht gerechnet Knallt ihn ab! Damit habe ich echt nicht gerechnet Gunship-Prototyp Ja, nice Oh, die Scheiße! Ja, der war echt zu mächtig, der Gunship-Prototyp Das wollte ich nichts gegen machen Ich schicke jetzt einfach alle meine Einheiten in das verkackte Lager da Allgemein bei den Einheitenproduzionsstoffen So, alle sind da hier in das Lager schicken da Da auch irgendwas hin Ich meine, grün wird langsam richtig platt gemacht, die haben nicht mehr viel zu bieten Ja, grün ist auch grün Der hatte von Anfang an nicht viel zu sagen Ja, aber irgendwie Weil ich ihn die ganze Zeit unter Feuer nehme Einfach nur, weil er ein leichter Gegner war Genauso wie Thomas Mal halte mich feste Mal halte mich feste Ja, sehr schön Ja, was geht jetzt, Hans? Wir kommen mit einer Mega-Armee! Wo? Wo? Mit drei galaktischen Kolossen und so Und Krieg und Ich knall sie einfach ab, ich versuch's zumindest Feuert Oh Gott, Alter Jetzt geh's aber doch mal ab hier Großer Schotam Maxi, ich komme zur Hilfe Guck, was übers Meer kommt Ja, ich sitz' gar nicht wissen Ich lass so, dass er im Krieg ist Ach du Scheiße Doch guck doch ruhig mal gesamt an sich, denn weißt du, was da kommt Was? Hau! Ach du Scheiße, okay dann Seid dir mal ein paar vor Pass auf, der ist im Flugabwehr-Prototyp bei Wird ballern Ach, die können nix Ja, das stimmt allerdings Und Ich hab hier ein Geschenk für euren Ach du Scheiße Bop, 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 bop Okay, der hat den letzten aufgetragen Jaaa Geh den Superballer-Modus über Geschenke Für alle Ach du Scheiße Nee, ich meine... Alter, der riecht Der schafft er nicht mehr, der ist weg vom Fenster Was? Was? Ich dachte, er schafft er nicht mehr Ich mach doch doch meine Haufen-Ding jetzt hier kaputt Hinten wir denn? Hinten wir denn? Ja, ja, trotzdem noch Ich bin auch besiegbar Super Aufladen-Modus Ich hab die nervste Waffe aller Zeiten Zack, zack So Jetzt aber Haben wir jetzt genug Haufen Und so Und Haufen Und so Und Haufen Und so Und zwei Fatboys Und so Ein dritter Fatboy auch Ich schick mal wieder einen Haufen los Das ist meine Unterstützung Mache es, mache es Oh, Scheiße Ich brauch wohl nix Haufen Haufen Jo, Grün hat sich wohl erledigt Jo, ich bin ja in der Basis reingefahren mit meiner ganzen Einheit Das ist immer aufgefallen Nein, 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 nein Okay Haufen Jetzt also wieder mal rein zu fahren Irgendwie sowas Ist vom Eis, ne? Ach Schön Nja, ha, 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 ha Ist aber nur einen Haufen gebaut Und hier in der Haufen-Kanone Haufen-Kanone Ich tu.. Muss immer wasserum-Kanone So De-da-da-dㅋㅋㅋㅋ Mein Haufen.. Kann man gar nicht von den Kanonkugeln unterscheiden Haufen! Airportjugend So, wir kommen dann machen So, wir kommen dann ein Haufen, der... Die Dinge trишь filigst Einfach in Eratem Hier, da können wir so ein Haufen Jetzt mach mal Fokussiertes Feuer auf die ACU Für den K כ i So, jetzt mach ich mal fokussiertes Feuer auf die ACU probieren Oh der macht den Schutzmodus, heia! Ohåhåh! Obwohl der Schutzmodus nicht so viel Schaden bekomme Jaaaah! Guck mal was da noch ankommen Tot ist er Ich hätte da.. ansonsten hätte ich da noch was anderes gehabt Ja wir fliegen hier fest Ja jetzt müssen wir nur die Minibasis hier von dem rauslischen Ich hab, ähm, Haufen Kanonen, haben schon wieder Haufen fertiggestellt Ich habe meine fliegenden Festungen da reingeparscht und die laden noch mal aus. Okay, warte mal. Dann lass ich mal meine fliegenden Haufen durchfliegen. Oh, was kommt da angeflogen? Ein Kopf oder was ist das? Köpfe, hat er Köpfe gemacht? Oh, das sind seine imperialistischen Einheiten. Hä? Ja, nur, dass du gegen das Gunschiff gerade campst. Ja, ich campe gegen alles Mögliche. Oh, es ist mal sauf, sie kommen mit Flugverteidigung. Ja, Wayne, brauche ich weg. Ich habe einen Haufen hier hingesetzt, mal sehen. So macht man einen Haufen, ich sag's dir. Haufen! Ja, die haben eh keine Chance. Dann siehst du, oh, da stürzt auch einer von mir ab. Ha, und hat seinen Ding mir richtig beschädigt. Oh, Scheiße. Oh, der Ball hat gleich alles weg. Pass in den Arsch. Hey, hau mal alles abzugreifen, das ist für der Banner. Ja, ich habe einen Superlaser gemacht. Ja. So, habt ihr davon. Oh, der ist nochmal Punktverteidigung gebaut. Entladen! Ja. Sterb einfach. Ey, ich habe ihn gefällt. Oh, ich habe einen Haufenkanone frei. Ich habe einen Haufen. So, jetzt schiegt noch ein weiterer Haufen los. Oh, was ein großer Haufen. Über 100 Haufeneinheiten. Und alles auf ein Gebäude, immer wieder. Weh, 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 weh. Und mein Haufen fettst du einfach nur rein. Wow, 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 wow. Ja! So, jetzt müssen wir da unten, jetzt müssen wir da irgendwie hin. So, wo ist er noch? Da unten ist er. Und, ja. So, gut, da haben wir jetzt. Schieß nochmal mit meinem Haufen hin. Weil sie auch noch rechtzeitig ankommt, bevor der Flieger es tut. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Aber ich glaube, deine sind im Moment vor mir. Nein, das ist kaputt. Ich bin trotzdem da. Bin zu toll. Jetzt kommt die ganze Artillerie-Schüsse. Ja, das war ein ungünstiger Landezeitpunkt. So. Guck mal auf unsere Stelle, da hinten hinfließen. Oh, wenn wir so ein Turbo-Antriebchen, na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Okay. Ich habe noch mehr Haufen. Wissen es nur noch nicht. meine bewegen sich schon gar nicht mehr ja wir haben gewonnen sehr geil mit super Artillerie Modus ja auch ein Haufen fliegen nochmal über die Karte völlig übertrieben das sah fast aus wie ein Smiley wer findet den Smiley im Video sehr gut große Quizfrage ja wo ist das Smiley das war doch wieder eine nette Runde Smiley ja also die Runde war witzig das haben wir eine ganze Zeit einfach nur Artillerien gebaut einfach nur herumgeballert wie sinnlos oh ich hab ne ich wollte grad sagen ich hab die höchsten Verluste aber ich hab die geringsten Verluste von allen wer nix baut kann auch nix verlieren ja halt die Frise ich weiß wo du wohnst ich hab voll viele Haufen gebaut ja also hast du meinen Haufen Kanon gesehen und meine Haufen Fabri das ist mir richtig Haufen Haufen Artillerie はぁ yeah herzlichen Glückwunsch' Tuernberg had ich ja nicht gedacht ja ja bull ётy Ward zuvorlässig von Anfang bis Ende sein weil ich aber auch wenn ich weiß ich habe auch diese Angriffe gekommen sind muss ich einfach sagen ja den einen ich hätte nicht gedacht dass die Bomber da so gut wegfetzen das war schon recht effektiv das ganze und hier einfach so ein Mörderlufthaufen über mein Türm hatte Stoffi die Aufnahme an der Stelle ok tschüss ja den Klacken